Sie sind Angst. Wir entfalten ihre Hände. Verstöre die Kontrolle, die mich in Platz zu halten. Sir, meine Urte sind, die Satelliten zu retten, nicht die Imperial Stationen zu retten. Nicht beantworten meine Autorität, Commander Versio. Attacke die Station, rettet die Satelliten. Das sind deine neue Urte. Ja, Sir. Dieser Part beginnt lustigerweise ziemlich ähnlich zum letzten Part, welches in der richtigen Erinnerung habe. Und jetzt kann ich auch endlich weiterreden, nachdem die hier aufgehört haben. So... Na, na... Gut, gut. Nicht, dass ich da noch reinfliege. Das war ein dämlicher Tod. Ah, hat ja alles ganz gut geklappt. Ich weiß gar nicht, nimmt eigentlich die Feuerkraft ab, wenn man beschleunigt. Das war, glaube ich, im Vorgänger so. Ich bin mir nicht ganz sicher, hat der nicht so viel gespielt. Was sind unsere Intenten, Sir? Jetzt, mehr als immer, ist die Kraft der einzige Weg, um Frieden zu lösen. Admiral, bitte, cleanse die Galaxie, Commander. Um ihnen zu erzählen, wer wirklich in der Rolle ist. Ups. Ups. Halt, hör auf. Commander, Kampfhörer ist in der Rolle. Destroi die Schiffe! Achso, gut, den wollen ich. Halt, Commander! Hilfe! Nein! 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 Ich hau mal besser ab. Kann man da durch? Ja, ne? Ja. Gut. Wir sind ein bisschen spät. Ja, komm her. Jetzt habe ich dich. Und jetzt bleibt noch einer. Da. Zack. Okay, was soll ich machen? So, die Klammern angreifen. Ah, okay. Ups. Okay. Das war ein bisschen sehr knapp. Nämlich mal ein bisschen mehr Abstand halten. Na gut, wir starten ja direkt hier. Das ist ja... Ganz gut. Wir sind wieder hinten. Ist weiter weg. Ja, geht doch. Das war doch nicht so schwer. Das war doch nicht so schwer. Ich hoffe mal wieder ein bisschen alles zu schnell. Ja, andersrum. Alles ein bisschen zu schnell. Navigate in der Attack-Position. Und haben wir die Mission abgeschlossen. Das hätte ich eigentlich noch in der letzten Part packen können. Naja, wusste ich ja nicht, wie lange es noch geht. Das ist ja schon beeindruckend. Marvellous Arbeit heute, Commander. Dein Vater wird stolz sein. Die Satelliten für Operation Cinder haben wir den Admiral Versio. Unsere nächste Mission ist egal. Inferno hat eine Angelegenheit für einen von dem Emperor's klassischen Observatoren, auf dem Planeten Pilio. Er hat gefährliche Artefaktos, die unsere Enemies können gegen die Galaxie benutzen. Das Observatoren wird von einem Mantel-Defenssystem beschädigt. Agent Mika, wir brauchen deine technischen Expertise, um es zu verhindern. Geh was du für eine Expedition brauchst, lokalte und destroy das Observatoren. Wenn das Empire hier ist, was ich herausgefunden habe, war wahr. Es muss sich etwas Besonderes an diesem Ort sein. Du stehst hier, R2. Der Scanner hat wahrscheinlich uns gespottet. Wir müssen wissen, warum ich hier bin. Du kannst wissen, warum ich hier bin. Du kannst wissen, warum ich hier bin. Was ist das? Ein Lichter! Was ist das? Das ist ja nice! Oh, da oben ist ein Sniper. Äh, nein! So! Da gibt es noch mehr. Da! 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 Upp, nein! Kann mir! War hier nicht noch einer? Wo ist der hin? Solle erstmal den Sniper da oben ausschalten. Hier kommen die asegure entities. Wie soll ich den jetzt besiegen? Ja gut. So. Hä? Da hinten ist noch einer. So. Achso, der ist schon tot. Okay. Nein, du haust nicht ab. Da waren genau da oben noch mehr. Sterben die alle davon? Ist ja ziemlich einfach, wenn schon. So. Ach, der lebt da. Nee, das ist ein anderer. Hier müssen wir aufpassen. So. Eins, zwei, drei, vier. War hier noch einer? Das ist nicht was ich wollte. Einen höre ich noch. Gut, ich glaube, das waren alle. Ist ja voll nice. Boah, die Beleuchtung. Unnatürlich. Wer weiß, wer weiß. Ich weiß es zumindest nicht. Okay. Das klingt ja nicht so schön. Ich glaube, ich bin nicht der einzige, der wünscht, dass das Empire hier nicht gewesen wäre. Zack. So. Locken, locken, locken. Ja, da ist ja noch einer. Okay, jetzt nicht mehr. Was ist das eigentlich? Was ist das eigentlich? Hallo? Kann jeder hören? Wer warst du? Ich habe gehört, dass du ausrufen hast. Es klingt, als ob du Hilfe brauchst. Ja, ich mache. Du denkst, du kannst mich davon ausziehen? Ich weiß, wer du bist. Warum hast du mir geholfen? Weil du gefragt hast. Nein, nein, nein. Das wird nicht. Das wird... Nein, warte! Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Okay. Das klingt ja nicht so schön. Es klingt ja nicht so schön. Ich bin nicht der einzige, der wünscht, dass das Empire hier nicht gewesen wäre. Zack. Boah. Locken, locken, locken. Locken, locken, locken. Locken, locken. Locken, locken. Locken. Locken, locken. Locken, locken. Okay, jetzt nicht mehr. Was ist denn da? Was ist das eigentlich? Hallo? Kann jeder hören? Wer warst du? Ich habe gehört, dass du ausrufen hast. Es klingt, wie du Hilfe brauchst. Ja, ich habe gehört. Du denkst, du kannst mich davon ausrufen? Jetzt bin ich gespannt. Ich weiß, wer du bist. Warum hast du mir geholfen? Weil du gefragt hast. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Sieht eher weniger so aus. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Nein. Lieb dich jetzt. Ich weiß nicht, ob das so eine Banbekanunde. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Ich weiß nicht, ob das so eine blah Wir müssen zusammen arbeiten, wenn wir hier rauskommen. Du schaust etwas? So bin ich. Es scheint, dass die Kraft uns zusammengebracht hat. Was für Glück. Es gab immer mehr als Glück. Die Kraft. Ist das das, was du mein Name gemacht hat, oder war es ein Licht? Entschuldigung. Also warum bin ich immer leid? Sie haben mir keine Wahl gegeben. Du hast es gemacht. Schau meine Beine und ich werde deine sehen. Ja, ich habe keine Wahl. Wo denn? Ach da! Hä? Oh, die sind so klein, die sieht man gar nicht. Warum sind diese Dinge uns attacken? Sie sind Angst. Wir schlägen ihr Haus. Sie sind auch zurück. Sie ist hier. Wir sind nahe zu den Königern. Also das ist, warum du hier bist. Nehmen Sie sich nicht. Ich bin hier, um ihn zu zerstören. Okay. Wo ist er hin? Okay. Wo ist er hin? Die Uhr ist offensichtlich geschnitten. Und was jetzt? Ich denke, wir wagen die Bugs. Ich schläge sie ab. Okay. Schnitzeln wir mehr Käfer. Käferschnitzeln. Ist doch immer spaßig. Und so heldenhaft. Wenn er sich nicht, als Luke Skywalker in dem Film Käfer geschnitzelt hat. Wie viele kommen da noch? Wahrscheinlich einige, wenn ich mir oben den Balken so angucke. Also eine große Herausforderung sind die jetzt ja nicht, ne? Aber nervig. Was war da hinten? Was das? Scheint so. Oder was ist jetzt los? Kamel drauf gehört? Okay, jetzt macht er weiter. Okay, die Mission hat gut angefangen, aber das hier ist eigentlich nur noch ermüdend. Ich hoffe, wir müssen das gleich nicht bei dem anderen Ding da wiederholen. Oh. Doch. Okay, Merk-Helfer. So. Also, die machen ja auch nicht wirklich viel Schaden oder so. Gut, die spielen, glaube ich, nur auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad, aber trotzdem. Die Stormtrooper-Feuerer haben ja schon teilweise recht viel Schaden gemacht. Ich würde sagen, wir sind beide glücklich. Ich brauche Hilfe mit diesen Bugs. Ich brauche Hilfe mit diesen Bugs. Und dann kommen die neuen Käfer. Nein, hör auf. Okay, das ist wirklich sinnvoll. Okay. Okay. Warte mal auf mit diesen Käfern hier. Okay, dann habe ich das verschwindet. Was ist jetzt mit den Käfern? Dann kommen da immer neue. Dann sind wir die letzten. Ne, scheinen die letzten zu sein. Dann, los. Okay, du gehst noch. Woher gehst du? Die müssen wir ja kurz. Die müssen wir ja kurz. Die Bugs sind nicht. Es ist nichts an diesem Ding. Wie soll ich es öffnen? Es ist eine Schlüssel. Es ist eine Schlüssel, die mit einem Schlüssel und dann ohne Schlüssel. Warum denkst du es? Du sagst mir, der Mann, der die Jedi-Order schrecklich ein... Nein. Ich sage dir, dass du als ein Junge auf Korassant erschreckt warst du von der falschen Sache. Ich mag dieses Schiff. Das sieht irgendwie ziemlich nice aus. Jetzt weiß ich, warum. Oh oh. Das gibt Ärger. Ja. Die Satelliten sind in Ordnung, Herr. Excellent. Ich habe nicht auf dich, Commander Versia. Vardos ist unser Ziel? One von ihnen, ja. Warum? Der ganze Planeten und seine Leute, sie sind loyal zu dem Empire. Der Emperor commandiert es. Wir werden diese Planeten und anderen. Die Angst wird gespürt und die Galaxie wird erinnern, die in Kontrolle. Das ist unser Haus. Der Empire ist unser Haus. Und wir werden das tun, wie der Emperor commandiert. Ich nehme keine Orte von den mitten Menschen. Du nehme Orte von mir! Aktiviere die Satelliten jetzt. Das ist unser Haus. Das ist unser Haus. Das ist unser Haus. Das klingt nicht so gut. Als ob wir jetzt auf dem Planeten gelandet sind. Der gerade von diesen Satelliten bombardiert wird. Jetzt bin ich echt gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe ihr auch, denn hier geht es ja erst in den nächsten Pfad weiter. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch verlassen oder ein Abo. Mein Feedback ist auch erwünscht. Und dann geht es nächstes Mal weiter. Das war's. Das war's. Das ist der Leib-Agent.